Ich gehe in die Tagesordnung ein und gelange zum Tagesordnungspunkt 1, Erklärung des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 19 Absatz 2 der Geschäftsführung des Nationalrates anlässlich des Amtsantrittes des Bundeskanzlers und der Nennung des Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten, des Bundesministers für Finanzen, des Bundesministers für Inneres und des Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Im Anschluss an diese Erklärung wird im Sinne des § 81 der Geschäftsordnung entsprechend dem vorliegenden ausreichend unterstützten Verlangen eine Debatte stattfinden. Herr Bundeskanzler, das Wort steht bei Ihnen. Bitte sehr.